Auch geil, ich schreib so extra mein ICQ rein. Ja, bitte nicht stören, ich bin am Let's Playen. Schreib mich jemand an. Ja, sag mal, wenn du wieder Zeit hast. Okay, ist ja auch egal, ey. Oh, wo ist denn dieses letzte verfickte Tagebuch? Ach, ich guck's einfach an, wo es ist. Ach, scheiße, jetzt weiß ich viele. Och, nee, ey. Aber da oben müssen wir ein anderes mal eh hin. Zum Safehouse geh ich noch nicht, ey. Das ist mir viel zu krass. Verstecktes Tagebuch. Ja, was mach ich denn dann jetzt? Dann geh ich jetzt schon in die Mine. Wo ist mein Auto? Oh mein Gott, wo? Ach, da hinten. Die Mine, aber wo ist die Mine? Oh mein Gott, ich muss mich erst... Vor allem, ich hab keinen Schuss mehr. Aber ich mein, der Mine ganz am... Oh nein, die Mine, Leute, die Mine, ey. Oh, die wird horrormäßig, aber da kann man sich übelst gut... Ach nee, ach genau, jetzt weiß ich ja. Aber da kann man sich übelst gut hochleveln. Ach komm, ich geb die Queste doch schon ab. Die waren doch eh hier oben, oder? Mit... Ah nee, ich glaub nicht, dass wir aufsteigen. Und ein sauschlechtes Schild gekriegt. Ah nee, aufgeschickt sind wir, weiß ich Gott nicht, ey. Du wirst dir Hilfe, Kind. Du wirst es nicht bereiten. Ähm. Du wirst dir was verkaufen, weil ich brauch den Platz. Aber hier kann man keinen Schuss kaufen, na egal. Das kann man in der Höhle, in der Mine. Äh, in der Mine, sag ich die ganze Zeit. Ich mein doch hier in dieser... In dieser komischen Höhle. Da fahren wir jetzt auch hin. So, es ist schon wieder Nacht geworden. Irgendwie geht das voll schnell. Na, jetzt bin ich doch schon falsch abgebogen. Oh, Leute. Hier sieht aber auch alles... Oh ja, jetzt fahr ich noch... Oh Gott. Ich weiß schon, warum ich eher Motorrad fahr statt Auto. So. Genau, hier ist die Höhle. Und da oben ist auch das letzte Tagebuch. Jetzt erinnere ich mich wieder. Okay, Leute, ein neuer Bereich. Nämlich der da. Oh nein, Ladezeit. Verdammt. Und da geht irgendjemand offline. Und da auch. Mann, 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 Mann. Egal, egal. Das sollen wir uns alles nicht davon hindern, hier weiterzumachen. Ja, und zwar in dieser Höhle gibt es richtig viele Belohnungen. Das sage ich schon mal. Aber dann kann man sich auch denken, wenn es viele Belohnungen gibt, dann kann man auch davon ausgehen, dass es da ordentlich abgeht. Ich mein, gut, wir sind jetzt schon Level 12 sogar. Oh, wir Muni kaufen. Schon kosten 6.000, ey. Wir haben die eben schon... Ich habe eigentlich auf die Zahl geachtet. Oh, ist auch voll egal. Granaten sind immer... Ja, ich glaube, SMG nehme ich noch. Oh, wir haben immer noch genug Geld. Oh, wir kommen dann für die Sniper auch noch. Soll die sich nicht so alleine vorkommen. Ich hole mir auf jeden Fall noch Medi-Kids. Oh, hier gibt es schon die leichten Medi-Kids zu kaufen. Die heilen mehr. Sind allerdings dann auch teurer. So, das sind... Okay, ich glaube, die Mine mache ich doch noch nicht, denn mir werden die Gegner hier mit dem Ausrufezeichen angezeigt. Die muss man genau diesem Drecksauge treffen. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Und das ist der Kritische bei den Leuten. Nur dieses kleine Drecksauge. Seht ihr mal, wie klein das ist? Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, dafür ist der ganze Kopf geplatzt. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Oh, und jetzt schießt er hier auch noch mit hier, ähm... Oh nein, jetzt gräbt er sich ein. Also die Gegner, die sind schon echt assig. Wo kommt er wieder raus? Da hinten, was ist ein Depp. Oh, oh. Ich habe Angst. Hier, friss Granaten... Ui. Boah, das hat hier gar nichts gezogen. Ich versuche mal hier mit meiner SMG da besser zu bitten. Oh, shit. Die nehme ich ja voll auseinander. Da muss ich wohl doch erst noch eine andere Quest machen, Leute. Boah, Dreck auf jeden Fall. Boah, das ist ja noch... Ach, du Scheiße. Ich gehe gleich drauf. Ne, 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 ne. Es geht nicht. Es geht nicht. Hahaha. Ach, du Scheiße, ey. Oh, da habe ich mich wohl doch ein bisschen, ähm... Ähm... Ne? Ein bisschen zu stark bin ich mir da doch wohl vorgekommen. Oh, das war ja peinlich. Das war ja richtig peinlich. Verdammt. Ja gut, dann mache ich das erst mit den Tagebüchern. Aber da gehen die genauso ab da oben. Da muss ich ja in dieses komische... Ach, Leute. Das war doch... Das musste jetzt nicht sein. So, ich verbrauche erst mal die... Die dummen Medikids. Ach, mein Auto ist natürlich wieder weg. Egal, da könnte ich auch eigentlich gerade hochlaufen, oder? Da gehe ich einfach von der hinteren Seite dran. Ich könnte es doch eigentlich theoretisch alle überfahren. Ach, ne. Das ist auch dumm. Ach, Leute. Es tut mir leid. Das tut mir echt leid. Das war wirklich anders geplant. Ne, da hinten gehe ich noch nicht hin. Da muss ich eh ein anderes Mal hingehen. Wie bin ich denn hier gelandet? Ach, voll falsch, ey. Man kann doch auch irgendwo... Da kann mir da auch irgendjemand. Was willst du denn? Der will 14. Die Sniper verzieht, ey. Achso, und wir haben auch eine neue Quest am schwarzen Brett, hat er doch gesagt. Boah, scheiße. Ich glaube, hier sollte ich noch nicht hingehen, ey. Das ist... Ich glaube, das ist zu krass von dir. So. Leute, ähm... Ach, ich gehe einfach hoch, mal gucken. Ach, ne, dann gehe ich drauf. Ach, egal. Ich gehe das Risiko jetzt ein. Mir bleibt gar keine andere Wahl. Ach, das ärgert mich jetzt schon mit der Mine, ey. So, da hinten. Ey, mit der Mine, mit der Höhle. Das hier, das ist doch die Mine. Ich verwechsel das alles. So, da... Genau, genau, genau hier muss ich hin. Mache ich mal hier den Checkpoint, aktiviere ich das mal. So, hier kommen wir jetzt auch schon rein. So, hier kommen wir jetzt auch schon rein. Ne, hä? Beschaffe den Schlüssel? Ach, ne. Das war doch nur... Ach, Leute, ich blick gerade echt nix, ey. Ich raff's gerade echt nicht. Ach, genau. Ach, wir müssen... Genau, was wir eben gesammelt haben, den Schlüssel. Das war von dem Safehouse. Genau, und in dem Safehouse... Ui, neue Schild. Toll, das können wir jetzt ab Level 22 benutzen. Ich bin gerade mal 12. Ich würde mich verarschen, ey. 22, das kann überhaupt gar nicht sein. Das ist doch ganz zum Schluss, das... Also nicht ganz zum Schluss vom Spiel, sondern... Ganz zum Schluss von einem Earth Badlands. Ne, 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 ich mach's anders, Leute. Das ist doch ein Autoding, oder? Ja. Wo ist denn der? So, hier. Das stelle ich da hin. Falls die mich auseinandernehmen wollen. Was sie sehr wahrscheinlich wollen. Super. Das ist mein einziges Mal getroffen. Und immer noch nicht. Oh, Dreck. Oh, mein Gott. Oh, oh. Hier, Vogelattacke. Boah, das ist ein ganz fetter. Oh, Leute, was hab ich mich da eingelassen? Okay, dann kriegen wir aber Platz, ey. Das geht doch gar nicht so viel aus, als ich dachte. Lad nach, lad nach. Oh mein Gott, lad nach. Oh, shit. Kommt down. Boah, das gab noch richtig schöne Erfahrungspunkte. Okay, aber erst mal wieder heilen. Aber das war jetzt erst die halbe Miete. Denn das war gar nicht, warum ich hier Schiss vorhatte. Sondern hier laufen auch noch welche rum. Oder sind... Ach, die Sniper wollte ich doch haben, verdammt. Da ist schon mal Level 14 Schläge. Da wollte ich so schlau sein, auf das Pass schießen. Boah, seht ihr das? Ich mach fast nur kritisch. Dann guck mal, wie wenige es zieht. Oh. Wofür hab ich denn hier meine Klebekraft? Ach, die war ja immer voll, der Neber. Oder? Nee, hat ein bisschen sogar was gezogen. Komm. Zeig mal deinen Kopf. Yes. Ja, da braucht man eine fettere Schusskraft, um den den Kopf abzuschießen. Ach, da. Da hab ich geklappt. Boah, hat die Elementarwaffe? Schild ist down. Dreck. Na, allein von der Entfernung der Sniper ist doch eh das Düppste, was man überhaupt machen kann. Ach. Nee, komm. Wenn ihr mir schon die Zeit... Ach, da ist doch sein Fuß, oder? Ja, das ist sein Fuß. Scheiße, das geht aber irgendwie so, wie ich mir das vorstelle. Aber der Part ist schon gleich wieder zu Ende. Ich hab irgendwie nichts gemacht. Sollte nicht passieren, eigentlich. Nee, der hatte doch keine Elementarwaffe. Der hat eine billige Knarre, die nehme ich aber trotzdem gerne im Empfang. Boah, Gott sei Dank. Dann haben wir die eine Quest doch fertig. Oh Gott, sei Dank. Dann hab ich ja doch was in dem Part erreicht. Und zwar hier ist das letzte. Da. Tag 172. Die fette Shimei wurde heute unter einer einstürzenden Alien-Ruine eingeklemmt. Sie war nicht sofort tot. Und pflegte mich an, sie von ihren Qualen zu erlösen. Halb erstickt an Blut und was noch allem. Ich zügerte. Schließlich war sie außer mir die einzig Überlebende. Und trotz ihrem Geruste und Gewirge versuchte ich, unser... Nun ja, Gespräch zu genießen. Denn ich wusste, es würde für längere Zeit mein Letztes sein. Als ich sie dann erstickte, um mich weiterarbeiten zu können, merkte ich, dass sie es bereute, mich drum gebeten zu haben. Jedenfalls. Die Skeks werden heute nicht hungrig einschlafen. Okay, ich hoffe wieder, dass man es gehört hat. So, wir fahren jetzt mal zum schwarzen Brett. Und ich glaube, da ist die Schnitzeljagd jetzt. Das ist auch ganz lustig. Da muss man sich selber, was heißt sich selber, eine Waffe zusammenstellen. Man muss aber die Teile finden. Und die werden nicht so billig wie in jeder anderen Quest angezeigt, wo man genau hin muss. Da wird einem nur der Umkreis angezeigt. So, Tagebücher. Die haben wir fertig. Oh mein Gott, wie viele Quests. Ja, guck hier, die Schnitzeljagd. Dann kriegen wir eine Sniper. Oh, da weiß ich auch nicht mehr, wo die Teile sind, ganz ehrlich, glaube ich. Die Legende von Moe und Marley. Wird direkt auch als schwer angezeigt. Super. Aber hier bei der Schock-Kristallernte kriegen wir nämlich das Schock-Artefakt. Und hier kriegen wir das Feuer-Artefakt. Das wusste ich gar nicht. Und der Todeskreis. Oh, der wird richtig asozial. Gab es bei Zed irgendwie nichts Neues oder so? Was willst du? Ich mache nicht gerne. Ja, anscheinend nicht. Ja, okay, gut. Dann beende ich jetzt hier schon mal den Part. Und vielleicht level ich mich noch irgendwo ein bisschen. Allerdings weiß ich nicht, wo. Vielleicht gehe ich auch nochmal in die Mine und kill da ein paar, weil die gaben übelst Erfahrungspunkte. Und dann mache ich mit level 13. Dann kann ich vielleicht... Ach, das wird alles nichts. Ach, das gucken wir im nächsten Part. Bis dann, Freunde.